Hallo, schön, dass es geklappt hat, mit uns beiden zu nah mit dem Gesicht an die Linse zu gehen. Keine Hand zu Gesicht, gehst du. Finger weg. Bitte kein Licht von oben, das sieht furchtbar aus. Dann hast du nämlich richtige Tränensäcke hier. Ich zeig dir mal was. So, sitze ich. Oder in meinem Online-Kurs Souveränes Auftreten in einer Videokonferenz bekommst du die wichtigsten Tipps, wie du sofort überzeugend und positiv auf deinen Gesprächspartner wirkst. Ich zeig dir zum Beispiel, wie du das Licht richtig einsetzen kannst, wie du Anspannung in den Griff bekommst, wie du den Bildausschnitt richtig wählst. Auch die erfahrenen Webkonferenzler können hier noch so einiges mitnehmen, wie sie ihre positive Ausstrahlung vor der Kamera auf ein neues Level heben können. Ich bin Yvonne de Barck, ich bin seit 28 Jahren Schauspielerin und seit 10 Jahren schule ich Menschen darin, souverän vor der Kamera und vor einer größeren Zuschauergruppe aufzutreten. Ich helfe dir, authentisch, überzeugend und begeisternd bei deinem Publikum und deinem Gesprächspartner im Gedächtnis zu bleiben über eine Videokonferenz. Und jetzt kommt der Knaller. Ich werde mit dir eine halbe Stunde Videokonferenz abhalten und wir werden schauen, wie wirkst du vor der Kamera, durch die Webcam? Ist das Licht richtig? Wie ist deine Körpersprache? Und wenn du jetzt schon mal einen kostenlosen Vorgeschmack haben möchtest, dann trag dich hier ein, ich schicke dir ein Video. Das hilft dir schon mal beim ersten Schritt zu deiner ersten Videokonferenz oder zweiten oder dritten. Ich freue mich auf dich, deine Yvonne de Barck.